Ich kann dich nur von deinen Qualen erlösen. Man sieht wieder nichts hier. Da, Feuer frei. Ja, einer mit. Noch einer. Oder die Entdeckung, damit ich bei dir spawnen kann. Auch nicht schlecht. Der Mann denkt mit, ja. Da hau ich mal ein Dankeschön raus. Da, 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 gib, 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 gib. Da. Nein. Ich wollte ihn noch den Arsch rasieren. Also mit dem Gewehr. Ich bin an Verätzungen in der Lunge gestorben. Granate raus. Bringt natürlich nichts. Und ich war erschossen rechts. Ja, danke. Was macht deine scheiß Granate eigentlich? Danke. Bester Mann. Yo, moin moin. Herzlich willkommen, Freunde der Nacht, zu einer weiter Runde. Battlefield 5 auf den Schlachtfeldern der Leidenschaft. Und die entbrennt heute hoffentlich mit einer ganz neuen Waffe, die ich bisher noch nie gespielt habe. Und zwar das MMG M1919A6. Da bin ich mal gespannt. Aber scheinbar kann man das besonders gut spielen oder ist es prädestiniert dafür, dass man auf der Erde rumkollert. Ist ja nun nicht unbedingt so, mein Fall irgendwo rumzuschimmeln in der Ecke und warten, dass jemand hier auf das Rohr läuft. Aber man wird es sehen. Vielleicht entpuppt sie sich ja... Ja, Headshot. Wie auch immer ich das gemacht habe. Wahrscheinlich ist er selber runtergerannt und ich habe ihm dann mit einer Kugel noch in den Schädel geschossen. Ja, Junge, ich kann dir nicht helfen. Man sieht aber auch nichts hier mit diesem Gras vor der Fresse. Ja, ich bin kein Arzt. Junge, du musst also nach dem Doktor rufen, nicht nach mir. Ich kann dich nur von deinen Qualen erlösen. Schnell. Schon wieder einer getroffen. Wo sind die Ärzte? Oder wenn man sie braucht. Dann... Da schlichen noch zwei Brüder. Oh. Der wurde abgefackelt. Was war das? Rettungsversuche, was? Da liegen sie im Dreck. Ja, ist... Gar nicht so schlecht, hier mal so in der Ecke rumzukullern und zu warten, bis... Wird er wieder gerettet? Oder was ist da los? Tatsache! Tatsache! Junge, das waren jetzt fünf Kids dort in dieser Ecke. So kann es von mir aus weitergehen. Ich bleibe hier und ihr lauft alle dahin. Was hat er da gesagt? Krieg ist Krieg. Oh, da oben. Äh, scheiße. Wieso komme ich auch immer aus dem... aus dem Aim raus hier? Es gibt einige Waffen, die ich noch... die noch jungfäulich sind, die ich noch nie gespielt habe. Gut, ich muss sagen, so lange spiele ich das jetzt auch nicht. Zwei Monate jetzt und jeden Abend mal so zwei, drei, vielleicht vier Röntgen. Aber... dafür regelmäßig. Naja, Mist. Nach Lärmgeschossen nichts getroffen. Das Spiel selber habe ich eigentlich schon eine ganze Weile. Da haben Munition. Muss ich auch noch machen, die Punkte. Hätte ich fast vergessen. Ja, ich würde ja auf sie schießen, wenn ich sie sehen würde. Aber hier hinten... Hier Munition. Aber hier hinten ist der Hund vorrückt. Hier lässt sich keiner so an der Blicken, seitdem sich darum gesprochen hat, dass da eine... dass das eine Todesfalle ist. Ja, ich kann ja sonst eigentlich meine Füße nicht stillhalten in dem Spiel. Ich muss eigentlich immer aktiv sein. Und dieses Rumgeliege auf der Stelle, das ist nicht mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, da oben. Oh, da oben. Oh, der war verkogelt. Ja, geht so. Wenig zu tun. Hier, Munition. Da. Da auch. Und rechts. Ich sehe ihn. Aber ich habe ihn gesehen. Aber was will man machen? Man kann nicht auf 10 Positionen gleichzeitig schießen. So, halt durch. Du bist nicht im Kampf. Ich... Doch, er war im Kampf. Er wurde erschossen sogar. Na gut, dann am Strand. Auch nicht schlecht. Oh. Da siehst du wieder nichts. Rettung war nicht zu erwarten. Oh ja, mit... Äh, mit einem Mann. Mit einem Leben mehr in Führung. Oh nein. Oh, ein Waffenkamerad. Hat mich mit meiner eigenen Waffe erschossen. So, mich jetzt nicht abkratzen. Ich komme gleich. Ja, da bin ich schon. Hier, Munition. Ja, wer? Sag mal, wo? Oh, da. Uff. Nein, reingedrückt. Aber ordentlich. Wo ist er? Wo ist er denn? Da! Oh, Mann. Ehe ich so aus der Hefe komme. Ehe ich so aus der Hefe komme. Da schießt er schon wieder auf den Nächsten. Das ist unermüdlich. Die Führung immer noch mit einem... Ja, jetzt ist es wieder Gleichstand. Jetzt liegen wir circa zurück, weil ich gespawnt bin. Neu. Da liegt... Da steht einer. Da liegt einer. Oh, jetzt liegt er. Und ich bin ewig nicht auf die Erde gekommen. Oh, Mann. Entsieht wieder nichts hier. Da, Feuer frei. Ja, einer mit. Noch einer. Noch einer. Da, zack. Headshot. Ja, zack. Und weg bin ich. Jungle Garbein. Das scheint auch nicht so schlecht zu sein, die Waffe. Sollte man vielleicht auch mal spielen. Ich glaube, ich habe sie schon mal gespielt. Oh. Eigentlich hänge ich... an den anderen Waffen. Da ein paar Aufträge machen und da ein paar Skins freizuschalten. Oh, nein. Oh. Trupp-Kill-Hilfe. Hinterhaltungshilfe 10. Alter. Am Arsch. Aber er liegt sehr entspannt jetzt. Liegt da in der Ecke. Sehr relaxed, der Bruder. Komm, komm. Ja, da ist er wieder. Da ist er noch. Schieß. Gib ihm. Gib ihm. Ordentlich. Hau rein. Oder geh in Deckung, damit ich bei dir spawnen kann. Auch nicht schlecht. Der Mann denkt mit. Ja, sehr schön. Gut. Das Fuck you, schreibt einer. Die Leute trauen sich hier, frech zu werden. Hier kommen sie auch gut und gern... Warte, Munition. Munition da. Hier kommen sie auch gut und gern durch. Und das war einer von uns. Wenn er nicht vom Gegen erschossen, dann hätte ich ihn erschossen. Links irgendwo. Irgendwo. Da. Da oben hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte eigentlich links unten habe ich die Schritte gehört. Das ist Krieg. Ja, schön. Sie sind gut weggemacht. Ja, nicht viel. Krieg, ja. Krieg halt, ja. Einer erschossen und ich auch tot. Da guckt er. Der Schimmelpilz, der mich erschossen hat. Ich gebe es auf. Oh nein. Ich werde gerettet. Da haue ich mal ein Dankeschön raus. Bester Mann. Wir machen das hier, Bruder. Wir machen das hier. Komm, ich gehe mal wieder runter. Ach, da läuft es ja schon. Warte, ich renne hinterher. Warte, Munition. Du warst bedürftig. Hier, warte, da, zack. Nimm. Geht aufs Haus, Alter. Kosten, wir sind nachher geschmissen. Brauchst du dich auch nicht bedanken. Ich mache das gern. Oh, er braucht wieder Munition. Nein, Mist. Hätte ich mal lieber geschossen, statt Munition zu werfen. Hätte ich den Kill vielleicht gekriegt. Was? Da hinten? Da. Oh. Nein. Aim, aim. Ja, wenigstens. Der noch weggeholt. Oh nein. Nein. Ich brenne. Ich bin nicht verbrannt. Er hat mich mit seinen Käsefüßen verätzt. Ich bin an Verätzungen in der Lunge gestorben. Auf einmal sind wir hier. Okay, Bruder. Gut, jetzt halt durch. Halt durch. Schieß da, vorn. Ach so, du liegst da schon. Warte, ich helfe dir. Halt durch, halt durch. Gleich, gleich. Schnell, schnell. Ich höre Schritte. Gib, 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 gib. Oh, Mann. Oh, Mann. Danke. Ich wollte schon resignieren. Da, Munition. Ja, für dich. Papagei. Oh, oh. Da bin ich ja noch rechtzeitig in Deckung gegangen. Rechtzeitig. Da sitzt er schon im Bild. Nein. Granate raus. Bringt natürlich nichts. Und ich bin erschossen rechts. Ja, danke. Was macht deine scheiß Granate eigentlich? Die Urlaub eingereicht, oder was war da los? Gut, am Strand. Von Helcoland. Irgendwo. Da. Schießt einer auf mich. Da bin ich der Verzweiflung nah und ein Sanitäter schiebt seinen Arsch auch nicht zur Rettung. Gut, hier rein. Lass auf. Ich will nachkommen. Na, dann leck mich doch. Dann bleib alleine an Schnellkammer. Ich gehe in den Nebel des Grauens spazieren. Dann suchen wir meine eigene Hütte. Oh. Da, 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 da. Gib, 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 gib. Puh. Der war wahrscheinlich verwirrt, weil wir zu zweit hier drin standen. Er wusste nicht, was gehauen und gestochen war, beziehungsweise wo rechts und links war oder auf jeden er schießen sollte. Dieses Gelaber lenkt mich etwas von den, von dem Schrecken des Krieges ab. Also, lasst mich erzählen. Feind liegt in Führung. Schlag zurück. Oh, direkt von meiner Nase. Boah, scheiße. Nein, da, Granate. Ey, was macht diese scheiß Granate bei mir andauernd? Explodier die auch mal irgendwann. Sanitäter, Chef, Chefkocher, Junge. Der Chefkoch hat sich verpisst oder wurde erschossen oder beides. Da war einer. Da war einer rechts. Oh, weg ist er. Weg ist er. Ich wollte ihn doch den Arsch rasieren. Also mit dem Gewehr. Also mit dem Gewehr. Was ihr da denkt. Schweinskranzer. Das machen wir doch nicht hier. Das sind ehrliche, ernsthafte Krieger. Noch echte Kerle hier. Da knach an der Hand. Alles abknallen, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Ja, danke. Auch schön, dich zu sehen. Für diese freundlichen Worte habe ich ihm einen Sack Munition an den Hals geworfen. Man sieht. Ja, hallo. Siehst du was? Hast du was gesehen? Hier, Munition. Warte. Da. Was ist das Einzige, was ich hier hinkriege? Munition. Durch die Kante schmeißen. Ja, warte. Ich komme mit hoch. Ja. Munition. Man, das wird es gar nicht sein. Er führt mit vier Leben, fünf Leben. Mach keinen Ärger, Alter. Stress nicht. Solange. Danke. Bester Mann. So. Ich sehe nichts. Scheiße. Dichter Nebel in London. Ja, los. Jetzt verzieht er sich. Da ist einer. Ja. Wenigstens war ein Kill gemacht. Da ist noch einer. Komm, komm, komm. Nein, wo ist mein Scheiß-Aim, Alter? Wo ist mein... Oh. Oh, da. Diese Sacklaus, diese Elende. Er lebt nach. Leute, bringt ihn um. Ich blute schnell aus. Dann komme ich da hin. Ja, warte. Halt durch. Ja, da bin ich. Jetzt geht es ihn an den Sack. Okay, Nummer eins. Jetzt das... Und jetzt da hinten. Ja. Kollege, wo steht er? Da ist er. Da schießt er doch fröhlich. Ah, wo ist er hin? Schade, schade, schade. Okay, Leute. Danke, wie immer, fürs Zuschauen. Ich hoffe, er hat euch ein bisschen Spaß gemacht. 16 Kills, 13 Mal gestorben. Ja, ist okay. Das erste Mal mit der Waffe war wunderbar. Bis dann. Wir sehen uns. Tschüssi. Jetzt schade, t Tschüssi. Blick auf. Schade, schade, schade. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.